Ja, hallo liebe Freunde und es ist mal wieder so weit eine weitere Woche. Der Game-Update steht für euch bereit und wir haben als ersten Kandidaten heute in der Woche die LVD Souls in der Version 1.5 von ETHRIF Studios. Die haben jetzt ein neues Update rausgebracht und zwar aktuell die 1.5. Könnt ihr euch holen auf EGI oder auf Patreon von ETHRIF Studios. Und ich gucke mal in die Changelogs nach, das ist ja dieses AI-Game. Ist eine Public-Version, also könnt ihr euch frei runterladen. Housewife Reng Rangiku. Okay, ist in the game, edit the game. So, Housewife Yoruchi, okay. Und Housewife, oh Gott, Orihime. Dann Housewife Rukia. Und ja, dafür gibt es natürlich alles wieder neue Szenen wieder mit dazu, die ihr für die drei, nee, eins, zwei, vier Damen machen könnt. Das ist aktuell die neue Version. Wie gesagt, also das Game LVD Souls bezieht sich ja mehr auf den Anime Bleach. Wenn es euch also interessiert, guckt gerne mal rein. Ist kostenlos zum Unterladen, könnt ihr euch kostenlos holen. Der nächste auf meiner Liste, den habe ich selber auch schon gespielt. Das ist Bridge Pass. Kann ich auch den eigentlich gleich zeigen. Ist ja egal. So, Bridge Pass in der 0.99.3-Version von Cosmo Games. Da ist auch noch was Neues. Könnt ihr euch holen übrigens auf der Patreon-Seite oder auf SubscribeStars. Wir haben aktuell in den Changelogs nicht was drin. Und da war das dritte. Three Endings. The last ending of the game is ready. It's time you can ask a mystery to help to do this. To do this, you must have established a relationship with her. This ending turned out to be the longest. Also das wird das längste Ende sein von allem. Complex rework of the laptop. All sides, icon and interface were changed. Okay. Now Alex has a curtain story from the past. Isolated with Ms. Mockbook. Okay. Zwei neue locations sind da weiter mit drin. A shopping street and a place where you can eat. And Healty Meal have appeared in Chinatown. The hospital hall and the entrance to the college are filed with people. Also die wurden eben halt aufgefüllt mit Leuten. Also das war random mäßig. Eine neue Spam-Message on your Smartphone. Und a new Bonus-Card. Noah has been added to the NPC-Menu. Also da ist schon wieder ordentlich was dabei. Also ich habe ja schon mal gesagt, Bridge Pass geht ja auch langsam in das Final Stadium. Nicht ganz ins Final Stadium, aber auch schon mit einem abgeschlossenen Spiel. Das ist jetzt Gakonomorigati School Stories von den Koropo Live Devs. Die haben ja, ich weiß nicht, ob das irgendwie so der Vorpart davon von Koropo Live nachher ist. Aber auf alle Fälle ist es jetzt auch mit einem neuen Update da. Das könnt ihr kostenlos auch spielen in der 0.11 Version. Ihr könnt sie ja auch direkt auf Subscribe da supporten, wenn ihr Bock habt. Aber ihr könnt es auch frei im Internet spielen. Die Jungs hauen eigentlich ihre Games frei raus. So, da haben wir jetzt Intro-Scene for Kawayaki-Sensei. Private Tutoring and Intro to Private Tutoring Framework. Two new Aunt Riko-Scenes, two new Sakeo-Scenes, six new... Oh Gott, Kawakita Sanka. Oh Gott, die Geographie-Lehrerinnen-Scenes. Intro to the School English Class. You are Mikami. Prototype to School Gardens and Lifesteads Dashboard. Das ist aber noch still Work in Progress for 0.13. Also da geht es auch ganz schön weiter. Aktuell nicht mehr so viel von den Koropo Live Devs. Aber das Koropo Live ist ja auch abgeschlossen. Das könnt ihr doch so durchspielen. Und School Stories, ich weiß nicht, ob man das als vorherigen Gang spielen kann. Macht mir aber so den Eindruck, weil man lernt ja auch einige Damen kennen, die man später vielleicht auch nochmal sieht in Koropo Live. Vielleicht haben sie sich das so gedacht. Ich muss mal wieder ein bisschen weiter mal reinspielen. Genauso Another Chance von Time Wizard Studio. Auch wieder mit einem neuen Update um die Ecke kommt. Die 1.4.3 ist da aktuell auf der Patreon-Seite oder auf H.I.O. von Time Wizard Studios erhältlich für euch. Die ist aber nicht free. So, nochmal gleich vorweg. New Futures added. Jacqueline's Paint and Town Quest. Added Jacqueline's Kiss Special Scene. Added Jacqueline's Exposed Special Scene. Jacqueline's Coming Special Scene. Fiora, Flora, Huck Special Scene and Added Location. Was ist das? Thames Pancake Brotel. Okay. Hm. Hm? Ein Pancake Brotel? Oh, netter Name auf alle Fälle. So. Another Chance. Also auch mit einem weiteren Update dabei. Dann haben wir nochmal hier Modern, ähm, das AI-Spiel Modern Luxury von Cherry Pie. Übrigens, das macht auch schon seit neuestem immer mehr Fortschritte, meiner Meinung nach. Könnt ihr euch holen auf der Patreon-Seite von Cherry Pie. Ähm, ist aktuell in der Version 0.3.4.0 und nur für die Systeme Windows erhältlich. Ach, ja, äh, another Chance, Windows, Mac und Linux. Ja, gut, bei Morigati muss ich nichts sagen, ne. Ähm, und Bridge Pass, Windows, Linux, Mac. Und das andere ist, äh, Windows und Android unterstützt. So. Das erste, LWD Souls. Ähm. Ja, bei Morigati, äh, bei, äh, School Stories brauche ich nicht viel zu sagen, weil das ist ein HTML-Game. Also von daher, da, äh, werde ich mich jetzt nicht weiter zu äußern. Da wisst ihr schon Bescheid, wenn es sich um ein HTML-Game handelt. So, ähm, auf alle Fälle haben wir über Modern Luxury, äh, New Story Branch for Webcam Event. Äh, New, was ist denn das? Credit Page Re-Wall, okay. Ähm, dann haben wir Updating Emilys Morning Outfit, New Animations, äh, for the Main Menu. More Background Music, äh, Return Back to the Main Menu Button. Äh, äh, aha, also bei, Josh kann jetzt auch mal auf, ähm, Emilys, äh, Bell kommen, also auf ihren Bauch kommen. Äh, Webcam, Tease Do With Us, okay, Webcam, ja, Get Crouched by Josh, okay, Webcam. Also die Webcam-Scenen sind jetzt aktuell, das ist ja noch die erste Szene, wenn ich mich nicht recht erinnere. Ähm. Bei den Anfang, ihr müsst bei Modern Luxury ein bisschen aufpassen. Ähm, ihr könnt den Anfang mit Josh schnell überspringen. Das geht ratzfatz, hab ich auch gemacht, am Anfang bin ich sehr schnell übersprungen. Ähm, aber es gibt sehr viel, äh, mit Josh noch zu erleben. Das solltet ihr also immer so ein bisschen in der Rückhand behalten. Ähm, vor allen Dingen müsst aufpassen, dass ihr nicht, äh, nachher an den Kerl da, der dann ankommt, der euch dann abkauft nachher, oder besser gesagt, Josh sagt nachher, wenn ihr nicht genug Relationship zu ihnen aufgebaut habt, oh, jetzt hab ich leiser gedreht, ähm, dass ihr, ähm, dass ihr euch dann abgibt, ne. Also wie gesagt, das wird irgendwann sowieso passieren, wahrscheinlich. Ähm, aber naja. So, was haben wir noch? Ja, das sind alles, äh, Night, äh, Visible Interactions mit Emily. Okay, äh, Bugged, äh, at Emily's Room, okay, updating, äh, Josh, okay. Ne Scene, ne Pose für Josh, okay, ne Doggy Pose, alles klar. So, ähm, Modern Luxury von Cherry Pie geht eigentlich noch immer noch in den Schritt des Anfangs rein. Man kann schnell weiterkommen bei den Games, aber das ist immer noch der Anfang eigentlich, so gesehen, was da gerade alles ein bisschen so aktualisiert wird. So, Wanderer, ähm, ich hab das noch nicht mal richtig umgeschrieben, ne. Es hieß ja damals eigentlich nur Wanderer, ah, ich muss das noch mal extra umschreiben. Wanderer, Broken Bad von, ähm, Topper Studio in der Remastered Version. Das ist ja jetzt die Remastered-Serie. Ich weiß, ich muss Wanderer unbedingt mal wieder einschreiben, aber Broken Bad stimmt da nicht ganz. Ich mach das nochmal eben ganz kurz. Das, äh, ist ein bisschen falsch gewesen von mir. Das speichere ich mir mal eben richtig rein. So, ähm, es ist nicht die Re-Version, die ich hier gespielt habe, denn die wurde nochmal wieder, äh, überarbeitet. So, da haben wir, dass ich aktuell von Topper Studio, das könnt ihr euch holen auf Patreon oder auf itch.io. Das ist aktuell in der Version 0.11.5 Remastered, wie gesagt, äh, für Windows, Linux, Mac und Android. Äh, wir gucken uns die Change-Log an, und zwar Journal, äh, Scenes was changed, Edit Dialog History, Edit New Recept Book for Potions, äh, Potions, ähm, A Bug with Dialog Stopping, äh, in the Magical Interview, äh, Quest was fixed, okay. Äh, A Bug with Heal Potions in Combat was fixed und Android-Version. Also, ja, genau, für Windows, Linux, Mac und Android könnt ihr euch das Spiel dann holen. Also jetzt auch die Android-Version ist jetzt, äh, finally da. Ihr könnt das Game jetzt auch auf Android spielen, wenn es denn vor euch läuft. Äh, gibt es eine Version irgendwie was? Hat er was reingeschrieben? Äh, nee, aktuell nicht. Ich würde aber auf alle Fälle, wenn ihr für Android, die neueste Android-Version mindestens drauf haben. Ansonsten kann es sein, dass es dann nicht vor uns funktioniert. Nächster Kandidat. Auch mal ein Teil, was ich auch mir vorgenommen habe, mal in nächster Zeit auch mal irgendwann, äh, anzuzocken und zwar mal selber auch, ähm, zu spielen und zwar School Games von Slot Commander. Ja, ich weiß, das Spiel ist ein bisschen complicated. Ähm, man kann sehr viel falsch machen bei den Spiels School Games. Es ist sehr, es kann sehr viel passieren, je nachdem, was ihr für einen Weg wählt und was ihr auch macht. Also ich weiß, School Games ist sehr komplex. Viele wissen noch nicht mal den ersten Job, ne? Ähm, könnt ihr euch hören auf Patreon oder auf H.I.O. Das ist aktuell die Version 0.955, äh, fix 10 für Windows, Linux, Mac und Android. Äh, Android-Version weiß ich auch mal nicht. Also wie gesagt, nehmt immer die neueste Android-Version, wenn ich das sage. Ähm, das ist eigentlich nur ein Bug-Fix-Event. Moment, mehr nicht. Es wurde nur was, äh, es sind nur Fixes. Also wir sind aktuell nur noch beim Fixen. Das heißt also, da kommen demnächst noch mal ein paar neue Sachen mit rein. New Content. Die habe ich, glaube ich, schon vorgelesen in der 0.5, äh, 5. Genau, fix 10 ist einfach nur der Fixer gerade aktuell. Wirklich nur die Bug-Fixes aus, die jetzt gerade in der letzten Version gekommen sind, werden gerade noch mal gefixt. Ähm, ich lese mir das jetzt. Ja, die werden, das sind Bug-Fixes mit dazu, die gefunden worden sind, die werden jetzt gerade aktuell noch gefixt, damit wir bald hier auch zum Ende der Storyline kommen werden. Die Bug-Fix-Liste ist übrigens so lang, ähm, das lese ich nicht alles vor. Das dauert fast, äh, 10 Minuten, bis ich hiermit durch bin. So, Father Sin ist auch eigentlich mal wieder weiter am Start. Ich habe schon gedacht, das kommt ja gar nicht mehr. Weil immer nur von Father Sin gab es ja, es gibt ja zwei Versionen, dürft ihr nicht vergessen. Ihr könnt einmal Father Sin spielen und Father Sin's Going to Hell. Ähm, das ist dann das, äh, also Going to Hell ist mehr so die Corruption-Ebene, während Father Sin den normalen Weg eigentlich spielt. Eigentlich mal so schlecht eigentlich irgendwie. Also, er hat dann noch eine extra Corruption-Sache rausgebracht, so wie bei, ähm, Power Van Coom. Da gab es ja auch einmal dieses, äh, äh, normale Game von Power Van Coom und einmal die Corruption. Habe ich eigentlich auch schon lange nichts mehr von gehört, von Power Van Coom. Muss ich mal unbedingt mal wieder reingucken. Aktuell neu ist natürlich Chapter 32 für Windows, Linux, Mac und Android. Und holen könnt ihr euch das Game auf der Seite von den Entwicklern Pixel Blink, ähm, Pixie Blink auf der Patreon-Seite könnt ihr euch das gerne holen. Da könnt ihr auch Father Sin Going to Hell holen. So, ja, äh, das ist klar. Das Capture 32 geht jetzt weiter. Äh, the team prepares for Armageddon. Also, das Team bereitet sich vor auf das Armageddon. Da wird ja, wow, ordentlich. Wow, Armageddon, wow, warum nicht? Habe ich ja schon öfters mal gesehen, dass es kommen wird. Aber irgendwie war es nie da. Ember wurde es abgewendet. Nehmt mal das Armageddon, das gute Armageddon. So, House in the Rift, ähm, hat auch ein weiteres Update bekommen. Äh, aktuell in der 0.7.11 Beta von Sanity. Also, auch wirklich schöne Spiele, House in the Rift. Ich mag es. Ähm, könnt ihr euch gerne auf Patreon von Sanity oder auf H.I.O. Oder auf Subscribestar holen für die Systeme Windows, Linux, Mac und Android. Äh, wir gucken mal in die Changelogs rein. Und zwar, äh, Watch Katie's, äh, Ah, Watch Kath, friends, äh, do things and end up with a sticky situation. Oh, 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 oh. Das ist doch das, wenn Kath doch da wieder zurück in ihre, in ihre Schule wieder zurück geht. Oh, 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 oh. So, Listen to Rave, äh, Perseverly, ähm, Perseverly unheard, äh, Storys in Update Breakfast Activity. Und, äh, dann kommt, was ist das hier? Ja, das ist aber Beta. Äh, and let her give you a much nicer remastered food. Also, ja, under the table ist aber aktuell, Klammerstrich, Beta. Das wäre dann, ja, Ray's, genau. Bei Ray, ähm, die Aktivity, wenn ihr mit ihr am Essen seid, ähm, frühstücken seit morgens, ähm, da wurde jetzt aktuell, ähm, die Special Food Scene unter der Table, ähm, ein bisschen als remastered rausgebracht, also nochmal bearbeitet, ist aber aktuell noch in der Beta-Phase, kann auch zu Bugs führen. Äh, take Blair, ähm, take Blair to see the streets in Dune? Idem, Idem, Idenain. Was, das ist dann, wenn ihr Blair mitnehmt in diese Welt, seht ihr dann eben halt die Straßen von Dune, Aydin, 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 ich glaub, das heißt Aydin, mit zwei N hinten dran, ja. So, ähm, Fresh Woman ist der nächste, oh, Fresh Woman, das auch, mein Güte, das geht ja auch mal weiter hier. Fresh Woman eigentlich gar nicht mal so schlecht, wer Bock hat auf ein schönes, kleines, ähm, Visual Novel Game mit ein paar Entscheidungen, sollte definitiv mal bei Fresh Woman auch mal reinschauen, ähm, von Opai Man, könnt ihr euch hören auf der Patreon-Seite oder auf itch.io, oder wenn es für euch verfügbar ist, auf Steam. Äh, in, für, also aktuelle Version ist Season 2, Episode 3, Part 2, für Windows, Linux, Mac und Android in allen sämtlichen Sprachen der Welt. Ähm, ja, wie der Name schon sagt, geht es natürlich jetzt mit Episode, äh, 2, äh, Season 2, Episode 3, Part 1 weiter. Das sind ungefähr 30 Minuten Fresh Content, kann man ungefähr sagen. Also, je nachdem, wie schnell man liest, je nachdem, wie schnell man skippt, kann man hier ungefähr mit 30 Minuten Content rechnen. Na, aber das ist klar. Bei den Dingern weiß man jetzt schon, da kommen, ähm, natürlich nur so eine Sachen vor, die halt dazu weitergehen, den Story-Content weiterzuerzählen. So, der nächste ist Academy, äh, 34. Das ist dann die Public Version, und zwar die 0.1, 21.1 von Young & Naughty. Meine Güte, könnt ihr euch übrigens holen, auch gerne auf der Patreon-Seite von Young & Naughty oder auf itch.io, also für alle Leute, die Overwatch lieben, vielleicht ein kleines Game für euch, das ihr auch gerne mal spielen möchtet. Ist immer ein Public, braucht ihr nichts zu zahlen. Könnt den Entwickler aber trotzdem gerne unterstützen. Für Windows, Mac, Linux und Android könnt ihr das Spiel nachher euren nennen. So, wir gucken in die Change Logs nochmal, sehen, was aktuell mit dazu gekommen ist. Ich sehe mir das mal hier rüber an. Äh, so, jetzt hat Serena Part 1 Public Release, also die ist jetzt in Part 1 drin, dann, ach, du scheiße, Akku, äh, Arura ist auch drin, aber die hat einen anderen Skin gekriegt. Ist aber erstmal für die 5er, 5 Dollar Release Version zuständig. Ah, Arura ist drin, glaube ich. Ne, ne, Public hat jetzt, ähm, Serena Part 1 gekriegt, die ist jetzt aktuell in der Public Version mit drin. Ähm, wenn ihr dann eben halt schon die nächste Versions Update sehen wollte, aber, mh, aber das ist nur ein Skin für Arura. Ähm, könnt ihr euch den gerne auch den Skin ansehen. Ähm, but it's not all, sagen sie. Ähm, ja, ihr kriegt, äh, Procater Skin for Raya Shop, alles klar. Dann bekommt ihr noch einen Skin, Skin oben noch mit drauf, wenn ihr Bock habt. Müsst nicht, könnt es aber machen. Wie gesagt, manche, das ist relativ okay, dass sie sowas so anbieten, als, äh, 5 Dollar Payment, das ist völlig in Ordnung, meine, äh, meiner Meinung nach, ähm, finde ich jetzt nicht schlimm. Äh, warum, den habe ich doch hochgeladen, oder? äh, äh, wo ist er denn hin? Hä, den habe ich doch hochgeladen. Und wenn ich die Demon Boy Saga hatte ich doch hochgeladen. Wo ist denn der jetzt schon wieder hingeflogen? Hä? Den hatte ich eigentlich hochgeladen, Demon Boy Saga. Oder habe ich den fertig aufgenommen und aus Versehen wieder gelöscht? Nein, den habe ich hochgeladen. Den habe ich mir nicht doch extra gespielt für euch. Aber er steht nicht drinnen. Hm, naja, gut, für alle Leute, die es jetzt nicht wissen, Demon Boy Saga hat ein Update gekriegt. Ich werde mal gucken, wo das aktuell hingeflogen ist. Ich kann es euch jetzt nicht finden. Hm. Egal, wo ich reingehe gerade, aber ich habe das fertig gemacht, das weiß ich ganz genau. Und ich habe es sogar hochgeladen. Aber es wird weder unter Boy noch Demon noch Saga genannt. Ist das wieder rausgeflogen? Manchmal gibt es ja auch bei YouTube die lustigsten Sachen. Also auf alle Fälle, ich sage es jetzt mal so, Demon Boy Saga ist eine 0.6.9a Version von Ray Dalios Games. Könnt ihr euch holen für Windows, Linux, Mac und Android. Ein Video davon wird noch folgen. Muss ich da nochmal runterladen. Ist ein sehr langziehendes Spiel. Sage ich euch gleich schon mal vorweg. Ich habe das damals komplett bis zum Update durchgespielt. Ja, die Age Scenes, also er hält sich noch sehr bedacht zurück. Ich kann ja mal in die Changelogs reingucken, was aktuell gerade los ist. Ist ja die A-Version. Ja, Fix Uploadness Computer Error. Confirmed Sophia Story. Continued Story Claire. Ja, ich glaube, aber hier wird man noch nicht so zum Abschluss kommen, glaube ich. Da hält er sich sehr zurück. Einen, den ich noch nicht mit reingemacht habe, ist auf alle Fälle, den habe ich jetzt nicht auf Dingses veröffentlicht, auf Discord, weil ich nicht weiß, wo man das hinkriegen soll, wo man das holen soll. Also, passt auf. Es geht um Pokémon Academy Live. Es gibt von der Pokémon Academy Live ein Live Forever. Das ist also ein eigentliches Pokémon Academy Live ein Fanbase, also ein Fanmodell gewesen. Jetzt hat sich aber jemand bei Forever gedacht, das wurde nie richtig fertiggestellt und er hat jetzt ein Rework nochmal draus gemacht. Wo das allerdings aktuell gerade ist, kann ich euch nicht sagen. Es wird mir zwar in der Liste angesagt, ich war auch schon bei Academy Live drauf, muss ich mal nachschauen, wo ich das aktuell herkriege, weil es wird mir angezeigt, ich kann es sehen, aber wie gesagt, ich kann euch nicht sagen, wo ihr das herbekommt. Wie gesagt, das ist die 8.1.5b 2024 von Windows und Mac, gerade aktuell. Wie gesagt, muss ich mich noch drüber schlau machen, deswegen habe ich es noch nicht im Discord geteilt. Ich habe es nur gesehen, dass es da irgendwie einen gibt, der Forever noch rausgebracht hat, weil es steht auch Academy Live Forever unten dran. Und da muss ich mich immer noch ein bisschen schlauer drüber machen, um euch da genaueres zu informieren. Deswegen wollte ich euch das nur mal kurz mit auf den Weg teilen. Für die Leute, die da dabei sind, sich das ganz gerne reinzupfeifen, bitteschön. Guckt mal nach, ihr habt da keine Patreon-Seite oder sonst was gefunden. Anders bei SunSinti, von der Studie von SunSinti, aktuell in der Version 0.6.0. nur für die Systeme Windows und könnt ihr euch nur auf Patreon holen. Bei Patreon, wie gesagt, gibt es wieder zwei Modelle oder mehrere Modelle, je nachdem, ob ihr die Fantasy-Sachen freischalten wollt, die Cheats freischalten wollt und bla und blub und blub und blub und bla. Ist ein sehr zeitaufwendiges Spiel. Wie gesagt, ist nicht jedermanns Geschmackssache. Die einen mögen das Game, die anderen mögen es nicht. Es hat so seine, für mich meiner Meinung nach, coolen Seiten. Also einige werden sagen, ja, kann ich mir geben. Die anderen werden sagen, nee, ist nicht so. Also es müsste schon so ungefähr Fan vom Takeover ungefähr so in der Richtung her sein. Dann wäre SunSinti auch so euer Ding. Aktuell, wie gesagt, die 0.2.6. Und ich gucke mal in die Change-Logs rein. Was haben wir denn da? Now keys revived for friends can be placed in the key change. Okay. New NPCs. Zoe ist nochmal eine 3. New random event for the hospital in Comagirl. New clothes for editor. Da ist es zum Beispiel new sets for face in the editor and new fantasy story with Rachel Green. Ich sage ja diese, also mal so gesehen, nehmt euch jetzt als Beispiel, wenn ihr die niedrigsten Dings das macht, kriegt ihr gerade aktuell den new NPC und das random event for hospital the Comagirl. Das ist aktuell gerade für euch das Neueste. Geht ihr ein Stück höher, werdet ihr wahrscheinlich noch die new clothes in the editor haben. Ich weiß nicht, wie seine Mitgliedschaften da aktuell gerade aussehen und den Face Editor. Ich kann, ich gucke es mal nach. Ich werde es euch gleich sagen können. also die Mitgliedschaft wäre bei, genau, bei 5 Dollar. Access to Character Editor in Sheet Menü. Und ab 10 bekommt ihr dann noch den Fantasy Modus mit dazu. Wenn ihr die 2 Dollar zahlt, bekommt ihr einfach nur das Last Build. Also das Normale, was ich euch gerade vorgelesen habe. Also 2, 5 und 10 sind aktuell die Standard. Mehr hat er ja auch gar nicht. Und wie gesagt, bei 10 bekommt ihr die Fantasy Story mit Spicy Story für Special Characters mit drin. Wenn ihr das denn unbedingt gerne haben wollt, gerne doch. Na, ich habe es jetzt nochmal erwähnt. Könnt ihr euch aber auch nur auf Patreon holen. So, jetzt kommt er wieder am Start. ECKS Bro Tell. Uh, ich bin gespannt, wer da wieder reingerutscht ist. So, aktuell, wie gesagt, in der 0.41 Version könnt ihr euch holen von den Entwicklern von ECKS Bro Tell. Bro Tell. Auf der Patreon Seite. Ich gucke mal noch, ob die überhaupt noch da sind. Ja, die sind noch da. Auf der Patreon Seite und auf itch.io. Also beides für Windows, Linux, Mac und Android. Und mal sehen, welche es heute getroffen hat. Es hat getroffen, äh, Senovia von DXD hat es getroffen. Ähm, jo, gibt es in sämtlichen Animationen, in sämtlichen Sachen. Alles so auf Kaukatsu-Basis, aber alles so weit drinnen. Ähm, die hat es jetzt erwischt. Die ist jetzt auch Mitglied im ECKPortech vorhanden. Auch wieder ein nettes Spiel, was ich jetzt gleich nochmal zeigen werde, ist, äh, Refuge of Ember. Ähm, das Spiel von Escape Sausage fand ich ehrlich gesagt gar nicht mal so schlecht. Ist aktuell in der Version 0.17a. Ähm, ist ein sehr interessantes, äh, Visual Novel, äh, Fantasy Game. Äh, könnt ihr euch übrigens auf der Patreon Seite von Escape Sausage oder, wenn es verfügbar ist, auf Steam. Auf alle Fälle aber auf itch.io holen. Äh, ist aktuell, wie gesagt, 0.17a für Windows, Linux, Mac und Android für euch erhältlich in den Sprachen Englisch und ich gucke mal nach, was die Changelogs allerdings jetzt sagen. Äh, Skip Interance to 23,025 Words. Achso, ah, ja, okay. Äh, to Aaron Romance Part. Okay, ja, ihr könnt auf verschiedene Parts gehen, auf alle Fälle. Was haben wir dann noch? Aaron hat jetzt auch Age Animations drin, äh, und Edit New Immerline Scene. Äh, a lot more small stuff, completely changelog coming later. Alles klar. Also, es ist wenig immer, was kommt, aber es ist ein, ich finde es vom Artstyle her sehr interessant, Reflug of Amber. Auch irgendwie so der Style, den mag ich ganz gerne, von Escape Sausage, war gar nicht mal so schlecht auf alle Fälle. Also, es ist ein interessantes Game, das man sich vielleicht für einige Fantasy-Freunde vielleicht mal anschauen könnte. Ich kann euch auch mal aktuell sagen, was das Spiel mal kostet. Äh, aktuell kostet das Spiel zwölf, ähm, West Dollar auf, ähm, auf, auf, ähm, Itch.io. Und wenn ihr ihn gerne auf Patreon unterstützen wollt, könnte ich mal gucken, da haben wir, ähm, ab drei Dollar geht das eigentlich schon los. Ne? Genau. Ab drei Dollar könnt ihr das Spiel schon so erwerben, mit sechs Dollar Tier bekommt ihr ein Early Access, ähm, zum früheren Zeitpunkt schon und dann gibt's noch den zwölf Dollar Tier. der hat eben alles Mögliche hier drinne, was ihr haben wollt. Ihr könnt, äh, Dele, ähm, Dele, ähm, was gibt's da noch als Unterschied? Early Access, dreimal Vote Power, Livestream Chat, äh, Golden Discord Perk und, ja, Discord Zugang bekommt ihr auf allen drei Stufen übrigens mit dazu. Ihr müsst mal sagen, ob ich das vielleicht auch mal vorlesen soll, was die Versionen kosten oder sowas alles oder was die Preise dafür sind, ähm, könnte ich auch machen. Also dann würden wir jetzt auf Itch.io oder sonst was alles mal raufgucken und würden uns den beiden noch die Preise mal ansehen, damit ihr mal so ungefähr so ein, ein Dreh mal reinbekommt, für was, was das Ding kostet. Na, müsst ihr wissen. Kann man mal mit einbauen in die Game Updates, damit wir noch kurz nochmal die Preise nochmal mit drinne haben oder sowas alles. Das werde ich's ja jetzt einfach mal für jeden einfach nochmal vorlesen. Also, ähm, LVD Souls, das hatten wir am Anfang, kostet auf Itch.io, ist ja kostenlos, das brauche ich gar nicht fragen. Ist ja kostenlos, könnt ihr euch kostenlos runterladen. Ähm, bei Patreon, die Mitgliedschaften, sag ich euch auch gleich an, sind 5 Dollar, kommt hier noch ein, ist 3 Tage Early Access mit dazu, dann Voting Power bei 7 Dollar und was weiß ich was, alles mögliche an. Ähm, ach ja, stimmt, da gibt's ja diese Outfits-Sachen. Äh, wenn ihr das, äh, 7 Dollar habt, kriegt ihr noch ein paar extra Outfits mit dazu und bei 10 Dollar, ja, geht's auch voll ab mit den ganzen extra Outfits. Bridge Pass, kann ich euch alle Fälle sagen, kostet aktuell, äh, 2 Dollar. Könnt ihr das dann euer Eigen nennen, wenn ihr einmal 2 Dollar auf Patreon spendet, könnt ihr es euch dann runterholen, äh, runterladen, runterholen, ja, ist mir egal. Und wenn ihr es auf Subscribes erholen wollt, ist dieselbe Patte in grün, 2, 7, ne, da geht das Ganze so ab. So, ähm, ja, High School Stories brauche ich nicht erzählen, sowieso free. Time Wizard Studios, das ist noch vielleicht was Interessantes für euch, ähm, äh, Another Chance kostet aktuell in der Patreon-Version, es gibt ja eine Free-Version, 0.42.2, gibt der das gar nicht raus? Äh, 15 Dollar, was ist das denn? Ah, die 43, ja, jetzt lese ich gerade. Also, passt auf, ähm, 13 Dollar wäre, kriegt ihr aber nur auf Patreon. Ihr bekommt die, äh, 0.42.1 auf HIO kostenlos, aber ihr müsst auf Patreon, um die neueste Version zu bekommen. Ähm, die neueste Version kriegt ihr, äh, 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 ne, New Runs, äh, kriegt ihr ab 7 Dollar schon dazu, wenn ich das jetzt richtig gelesen habe. Ja, ab 7 Dollar, ab 15 Dollar, das ist natürlich das, äh, heftige Mum, Mum, Ultra Mum. Schade eigentlich, dass er das nicht so rausgebracht hat. Aber er bringt auf HIO mal die freien Dinge einmal rauf, also mal Sachen immer frei. Modern Luxury von Cherry Pie mache ich auch noch eben ganz schnell, jetzt machen wir es halt mal alle durch. Da gibt es, äh, drei verschiedene, nee, Quatsch, mehr Tiermodelle. Äh, insgesamt, äh, vier Tiermodelle gibt es da insgesamt, das ist der erste, kriegt der Discord-Zugang, beim zweiten, äh, Behind-the-Scenes-Content, also ihr bekommt auch, ähm, immer auch für 1.50 sofort den Zugang zu den Gamen. Ähm, genau, bei 11 Dollar bekommt ihr schon Early Access, also einen noch früheren Zugang, und wenn ihr wirklich 75.50 rausknallen wollt, bekommt ihr natürlich auch noch mit dazu den Fan-Request, den Rest alles, Patreon-Shootout und, äh, Early Access, Behind-the-Scenes-Content, den gibt es in allen drei dazu, ähm, muss man halt selber wissen. So, dann haben wir Wanderer, Wanderer kann ich euch sagen, der müsste aber glaube ich auf itch.io immer was, auf itch.io immer was rausbringen, äh, aktuell kostet, oh Gott ey, länger geht es ja nicht mehr, äh, ihr bekommt, ne, das ist die 0.11 aktuell, wir sind aber bei, doch, 11.5, doch, ihr kriegt die 11.5 für 5 Dollar, 5 Dollar kostet die 11.5 Version auf itch.io und auf, ach, jetzt bin ich auf die falschen abgeraten, sorry damit, äh, und auf Patreon kriegt ihr das Game für, auch für 5 Dollar gibt es sofortigen Zugang, ähm, 3 Dollar ist dann eben halt Update Behind, äh, 5 Dollar ist dann wirklich auch sofortiger Zusand plus Special Content und 10 Dollar wäre dann Last Build of Wanderer just after Release und, äh, 25 Dollar wäre dann wirklich, äh, nochmal der richtige Knaller und wenn ihr 50 Dollar reinschmeißt bekommt ihr sogar den, oh, Steam Key, äh, Steam Key Release, also ihr, ein Release von Runderer bekommt ihr dann, wenn ihr einmal 50 Dollar rausballert, aber ihr bekommt auf alle Fälle schon mal den Steam Key Aurora Hentai Cards plus den DLC, wenn ihr 50 Dollar einmal dafür investiert, bekommt ihr das dann mit dazu. Was ist das denn? Es geht noch weiter, 150 Dollar, oh Gottchen, so, ähm, da gibt's dann eben halt auch den Steam Key für, äh, beide Games, also Last Build of, äh, dann Personal Car, äh, Character Card, dann, äh, ja, Definity Edition bekommt ihr dann dort eben halt von, äh, Aurora Hentai Cards, DLC plus Wallpapers plus Artbook und, äh, Arsch, also für 150, äh, Dollar könnt ihr dann die komplette, äh, Aurora Hentai Cards eurer eigenen plus dazu auch natürlich, ähm, würdet ihr dann auch die Steam Keys dazu natürlich auch bekommen. Die Keys bekommt ihr wirklich, Last Build of Aurora, ja, die Keys bekommt ihr wirklich erst ab 51 Dollar Patreon hier. Ist in Ordnung, finde ich meiner Meinung, ist wirklich noch in Ordnung. Kann man, kann man so gehen. So, jetzt können wir nochmal ganz kurz für Slot Commander nochmal rein, ähm, da gibt es auch mehrere, da gibt es auch 50, bis 50 geht's da hoch auf Patreon, ähm, für einen Dollar bekommt ihr schon mal auf alle Fälle, ähm, die letzte Version davon, ne, für Android und alle so ganzen Kram, 1 Dollar im Monat ist okay. Äh, 5 Dollar gibt euch auf alle Fälle auch, äh, alle Access zum früheren Zugang, 14 Tage vorher, äh, 10 Dollar sind 30 Tage vorher Zugang, also ihr bekommt schon super früh die ganzen Sachen, äh, plus noch super, super, oh Gott, ey, super, super viel Kram noch mit dazu, da gibt es noch 25 Dollar, ah, da gibt es ab 25 Dollar könnt ihr, ähm, die Key to the Steam, Google Play und etc. Version kriegt ihr ab 25 Dollar, kriegt ihr bei, ähm, Slot Command auch einen Steam Key oder einen Google Play Key, je nachdem, äh, beides, ja, ihr bekommt beides, äh, this game release, äh, for the platform, und bei 50 Dollar bekommt ihr dann eben noch die Nicknames mit dazu und, ähm, einen großen Dank dafür, also hier bekommt ihr bei, ähm, Slot Commander, ist das denn schon auf Steam überhaupt erhältlich? Nein, also nicht, dass ich jetzt sehe, aber es soll wahrscheinlich auf Steam released werden, deswegen gibt er es jetzt schon raus, ähm, Faser Sin, gucken wir da nochmal eben ganz schnell rein, wenn ich dabei bin, da gibt es auch mehrere, 25 ist das letzte mit Name in the Credits, äh, 10 ist natürlich die Faser Sin Uncensored, äh, Growing Up, äh, New Update, zwei bis drei Wochen, Going to Hell gibt es auch noch mehr dazu, ihr bekommt, äh, für 4 Dollar das Fan Item und für einen Dollar, alles klar, kriegt ihr auch noch die ganz normale Sachen, also ab 10 Dollar geht das da erst los, dass ihr eben halt der Faser Sin und Going to Hell, ähm, ja, zwei bis drei Wochen früheren Zugang bekommt, ab 4 Dollar könnt ihr das dann auch bekommen und ab 1 Dollar müsst ihr halt jetzt eben warten, genau an Release Tag, so, ähm, dann haben wir noch eben schnell House in the Rift, da kann ich auch nochmal eben reingucken bei Sanitas, ähm, das ist eigentlich gar nicht mal so schlecht, ähm, ab 2 Dollar bekommt ihr das Spiel schon, ab 5 Dollar bekommt ihr einen Early Access, eine Woche früher, ab 15 Dollar bekommt ihr Beta Access, das heißt, dann geht es halt noch früher, zwei Wochen früher los und ab 30 Dollar gibt es ein Special, äh, Scene Workout mit Alpha Phase, da geht es dann halt nochmal, da werden noch mehr Sachen eben halt extra veröffentlicht und auf Itch.io kostet das Game aktuell, weil, bietet er das wieder nicht an? Ne, da wird aktuell wirklich nur die, doch, da steht es, ähm, wir sind ja aktuell da in der 10.11 Version sogar drinnen, aktuell wird auf Itch aber nur die, äh, 0.7.10 angeboten und die gibt es für 10 Dollar, also wahrscheinlich wird es dann auf Itch dann auch geupdatet, denke ich mir mal. Er will auch auf, äh, Steam gehen, warum hat er denn da nicht mit Dingses gearbeitet, mit Key noch auf der Ecke? Machen doch super viele. Ne, 30 Dollar. Äh, Month, ne, kein Key. Also bei Senative bekommt ihr kein Steam Key. First Woman, gehen wir da auch nochmal eben schnell rein, da sind wir jetzt heute wirklich mit allen durch. Äh, 18 Listen, also die gehe ich jetzt nicht alle durch, weil das geht hier richtig, also es gibt es 25 Dollar. So, ist, äh, 400% Voting Power. Äh, ihr bekommt das Spiel schon für Dollar und für 2 Dollar von Opai Man könnt ihr euch da, ihr könnt das, ähm, könnt ihr euch das Game schon holen. Äh, der Rest ist alles Voting Power. Also, okay, kann man nehmen, muss man nicht, ne. Und, äh, Fresh Woman auf Dingses, auf, äh, 13,99 kostet das Spiel auf Itch.io. Das ist mal einfache Übersicht, das gefällt mir. So, ja, von, ähm, Dingses brauche ich nicht viel zu sagen. Ähm, ist free. Young and Naughty, ähm, Academy 34 ist free. Auf Patreon könnt ihr euch die freie Version runterladen und auf Itch.io genauso. Ich gucke mal nochmal auf Itch nach, ob da alles aktuell, da, da ist, äh, es ist alles, wir sind 23,2,3, äh, 23,1,1, äh, ist sogar noch ein bisschen andere Version hier. 23,2,3 ist aktuell. Natürlich. Public Version. Einfach reinholen, runterladen, Feierabend machen. So, und dann denke ich mal, müsste ich alles soweit erklärt haben. So, ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Ich wünsche euch einen schönen Tag, schönen Abend, schöne Nacht. Wie gesagt, müssen wir gucken. Ansonsten können wir das gerne mit den nächsten Updates mit reinbringen, dass ich das immer mal kurz auf die Patreon, auf die Itch.io Seiten draufgehe und euch den Preis nennen. Nicht mehr alle Preise, das wird zu viel sonst, ähm, nur im Teil wirklich, wenn es da einen Preis gibt und gut ist. So, auf diesem Wege wünsche ich euch einen schönen Tag, schönen Abend, schöne Nacht und bis zum nächsten Mal.